U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Potsdamer Platz Umsteigen zu S21, S2, Regionalbahn 4, S1, S25, Regionalbahn 2 und S26 U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Mendelssohn Bartholdi Park U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Gleis Dreieck Umsteigen zu U3 U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Bülow Straße Nächster Halt, Gleis Dreieck Nächster Halt, Nullendorf Platz Umsteigen zu U3 U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Wittenberg Platz Umsteigen zu U3 U2 Richtung Ruhleben Nächster Halt, Aquarium Nächster Halt, Gleis Dreieck Nächster Halt, Zoologischer Garten Umsteigen zu S9, S76, S5, S7, Regionalbahn 3 und S3 Nächster Halt, Gleis Dreieck 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 Gleis Dreieck Nächster Halt, Gleis Dreieck Gleis Dreieck